ja hallo und herzlich willkommen bei den real keepers wie versprochen hatte ich ja beim letzten gameplay video mitgeteilt dass ich ein kleines special hier machen möchte ich möchte euch ein kleines deckspotlet präsentieren wo es um das crisis control deck geht dass wir auch anfangs als budget variante schon vorgestellt haben das hier was hier am tisch liegt ist im prinzip mein deck so wie ich es eigentlich auf die friday night magic turnieren spiele es hat ein mittelmäßiges matchup aber es ist teilweise wirklich sehr gut zu spielen und einfach eine interessante farbkombination was man auch so mitbekommt kriegs ist einfach nicht sehr beliebte farbkombination aber zur zeit wie es im standard als zumindest bis jetzt war oder bis zur rotation war ist einfach dieses farbkombination irrsinnig schwer wirklich effektiv zu spielen deswegen es haben sich andere decks etabliert aber ich muss dazu sagen mir gefällt es dennoch zu spielen auch wenn man manchmal ein bisschen auf der verlierer seite steht aber ich habe auch durchaus interessante matches gehabt und auch spiele gewinnen können und man muss auch dazu sagen dieses deck ist sicherlich nicht das einfachste deck zu spielen man muss schon sehr viel tricks rein anwenden und genau wissen wann ich was zu händeln habe beziehungsweise wann ich was legen ja ich will gleich mal anfangen hier im prinzip kurz dazugeklärt kriegs ist im prinzip eine farbkombination aus rot blau und schwarz man sieht es auch an der an den karten die hier am tisch liegen warum diese farbkombination ist ich gehe jetzt mal ein bisschen ein warum ich welche karte ein bisschen spiele und ja fangen wir hier erst mal an einen zweier drop also noch mal kurz als vorwort kreaturen werden hier relativ wenig gespielt wie man sieht also hier haben wir die kreaturen das ist so ein bisschen ein support kreatur und hier auch noch eine kreatur also es werden relativ wenig gespielt wird das hier ist ein planeswalker wir kontrollieren ja eher das spielfeld ich man könnte das ganze auch wirklich als hard control spielen also wirklich fast gar keine kreaturen müsste ich halt mehr planeswalker in dem fall nehmen oder halt andere finisher wählen nur im prinzip gibt es hier relativ wenig momentan karten die interessant sein könnten ja ich gehe jetzt hier mal erst mal auf den ersten zweier droppeln also vorrunde zwei passiert generell bei diesem deck nichts hier habe ich vier mal als im blaisite hier vier mal den frostbrand seltsamkeit drinnen mit zwei mana blau oder rot also ich kann hier wählen so ein hybrid und er kann eben sich selbst pushen indem ich eben ein blaues oder ein rotes mana bezahle und plus eins minus eins bis zum ende des zuges kriege das heißt ich kann den auch zum blocken nehmen um eben eine größere kreatur wegzubringen also bis maximal vier stärke bringe ich ihn hoch denn wenn ich dann noch einmal pushen würde würde er auf widerstandskraft 0 sinken und dann wäre er selbst schon tot bevor er überhaupt etwas macht ja ist manchmal schon bei mir sogar so ein bisschen der vorhut des spiels gewesen also ich habe dann schon teilweise wirklich mit dem guten neuen schaden durchdrücken können also ein bisschen mit vorsicht zu genießen trotzdem der junge und wird auch meines wissens im mono blue derzeit mitgespielt ja wie gesagt das war der erste als dreier drop könnte man hier sagen könnte man eventuell auch als mannig figur die raktos kirun also die hier ja mana produziert schwarz oder rot beziehungsweise ich kann ein rotes und ein schwarzes mana ausgeben und er wird bis zum ende des zuges eine 3 1er kreatur also eine schwarz und rote devil artefakt kreatur mit erst schlag also absolut gegen agro decks hammer muss ich dazu sagen weil er einfach blockt und als erster an schaden auszeit gerade gegen kleinere kreaturen wie gesagt kann man halt erst meistens runde vier wirklich aktivieren oder eigentlich im z eigentlich ab erst abrunde vier wirklich aktivieren dann habe ich als drei drop aber eben im playset den eschirk drinnen ich blende den mal ein bisschen ein vormals hatte ich den es schon gar nicht drinnen in diesen kontroll deck muss aber dazu sagen ohne ihn wird es noch mal schwieriger denn er verschafft uns einfach die notwendige zeit er hat hier schwarz blau als fixe mana kosten zu der mana base komme ich dann später wie gesagt er hat hier plus zwei fähigkeit dass er die obersten drei karten der bibliothek eines gegners unserer wahl ins exil bringt und diese exilten karten wenn da kreaturen dabei sind kann ich diese mit der zweiten fähigkeit also minus x ins spiel bringen unter meiner kontrolle und sie sind halt alle zu den typen noch ein nachtmaat das ist jetzt hier relativ unrelevant die letzte fähigkeit mit minus 10 habe ich selbst erst einmal benutzen können das war aber eher online im prinzip ich schicke hier alle karten von allen händen aller gegner aus und blöd sind nochmal angefangen ich schicke alle karten von allen händen aller gegner und aus allen friedrufen aller gegner ins exil das ist natürlich hier der finisher wird natürlich nie so schnell hier passieren also ich habe ihn stets benutzt nur um zu exilen und dementsprechend kreaturen wie zum beispiel nebulukranos habe ich schon hier gehabt oder ein laubwald koloss man kann ja super schön den gegner unter druck setzen mit seinen eigenen kreaturen man darf nicht vergessen er kommt mit drei loyalität ins spiel und in der ersten runde geht er schon auf fünf das heißt den pulukranos ist theoretisch in der nächsten runde wenn ich es schon gelegt habe und ich hätte einen pulukranos hier exilt könnte ich ihn schon auslegen wohlgemerkt die karte lenkt total ab finde ich irrsinnig gut denn jeder spieler wird sofort auf ihn losjagen also das ich habe noch selten matchup gesehen der wirklich pulukranos hier liegen lässt wo am wenigsten sinn macht ist eigentlich in agrotex wo kleine kreaturen gespielt werden klar man könnte die kleinen kreaturen hier eben ins spiel bringen um einen blocker zusätzlich zu haben und uns zeit zu verschaffen aber ich sage im midrange text und auch in kontrollex wohlgemerkt auch wenn da wenig kreaturen gespielt werden absolut genial denn sie händeln in irrsinnig schwierig und damit nehme ich mir zeit um eben meine text strategie zu verfolgen dir im prinzip erstmal so weit ist dass ich abrunde für erst wirklich druck mache und wenn es geht den finisher ins spiel bringen da sind wir auch schon in runde 4 runde 4 bringe ich normalerweise wenn es gut geht den desecration dämon hier ins spiel den habe ich hier auch nur dreimal deswegen drinnen kennt wahrscheinlich jeder von mono black als fliegend ist ein 6 6er und zu beginn jeder kampphase kann ein gegner eben eine kreatur opfern wenn er das tut tappt sich diese kreatur ein und kriegt ein plus 1 plus 1 counter wird meistens in der gegnerischen kampphase gemacht um eben ein blog als blogger hinweg zu bringen oder in meiner phase um nicht angreifen zu können aber wird erstmal zum schnaufen bringen wenn ich vier mana habe eben zwei schwarze hier ist ein bisschen hardcast angesagt eben weil hier zwei schwarze fix kosten drin sind aber ist mit der mana base die ich hier für mich selber ausgetüftelt habe absolut machbar ja dann habe ich dann komme ich schon zu den finishern vom control deck hier was hier ausschlaggebend ist das ist zu einem der kernos zu dem hatte ich ja schon mal was gesagt hat hier fünf mana ein rotes und ein blaues und drei beliebige ist eine verzauberungskreatur ein legendärer ein gott kann ich hier auch nur einmal wirklich am tisch liegen haben ich habe ihn bewusst nur zwei mal drin denn er soll mir so ein bisschen das letzte tröpfchen geben oder eben auch kartenvorteil verschaffen ich blende hier noch mal näher ein also er ist vor allem unzerstörbar solange unsere hingabe zu blau und rot weniger als sieben beträgt ist er eben keine kreatur das heißt es hilft kein der war flash es hilft kein heroes downfall man kann ihn im prinzip nicht weg bringen und das ist einfach der vorteil außer wenn eine kreatur wäre und ich würde ihn opfern müssen dann geht es natürlich oder eben ein exil spruch wie banished light das geht schon alles ja ziel ist es nicht kernos zu einer kreatur zu machen sondern er tut eigentlich schon mit seiner generellen getriggerten fähigkeit absolut genug für uns das heißt wenn ich in meiner zugphase bin und im prinzip hier eine kartenkarte ziehen würde die erste karte wird eben offen vorgezeigt ist es ein land darf ich noch eine karte ziehen somit verschaffe ich mir kartenvorteil ist es kein land kann ich drei schaden schießen die ich meistens an den spieler austeile oder eben um kreaturen hier wegzubringen also absolut gut könnte man theoretisch runde fünf legen und dann habe ich natürlich den ultimativen finisher und eben für jedes kontroll der kennen wir alle ist der itterling irrsinnig schwer zum handeln außer mit einer sideboard karte die ich selber drinnen habe legt man aber frühestens runde acht also immer wenn ich erst im prinzip sieben mana sechs mana kostete aber wenn ich nur sieben mana übrig habe erst dann spiele ich ihn damit ich zumindest ein blaues übrig habe um ihn zu exilen also erst eine vier fünfer kreatur ich kann mit einem blaues mana unblockbar machen und kann ihn dementsprechend pushen mit jeder beliebigen farbe eben auch so wie der frostbrand als wie die frostbrand seltsamkeit mit plus 1 minus 1 bis zum ende des zuges ich könnte das natürlich genau umgedreht hier machen mit minus 1 plus 1 brauche aber eigentlich diese letzte fähigkeit brauche ich eigentlich überhaupt nicht denn wenn ich blocke und ich mag mir das sparen das mana zahle ich einfach nur ein blaues und ich exilen im block segment drehen halt rum oder trüben halt weg und ende des zuges bringe ich ihn wieder ins spiel was übrigens auch eine taktik ist wenn ich mit ihnen angegriffen habe acht schaden zum beispiel ausgeteilt habe dann kann ich ihn exilen bis zum ende der runde kommt er wieder ins spiel somit habe ich wieder einen blocker also super finisher karte wirklich irrsinnig schwer zum händeln und normalerweise entscheidet er das spätestens drei runden das spiel danach also so lange muss man halt dann überlegen überleben ja den habe ich ja zweimal drin könnte man drittisch auch nur einmal spielen ja um eben die kreaturen hier ordnungsgemäß auch durch unseren kampf zu ziehen und das spiel heim zu fahren habe ich natürlich hier etliche support karten im programm wobei so viele sind es eigentlich gar nicht das wäre zu einem hier mal der magner strahl im playset eben damit ich zwei schaden schießen kann kennt sich ja jeder und vor allem was mir wichtig ist ich kann hier kleine kreaturen wie ein elfen mystiker oder eben kleine tokens oder etwas aus dem weg räumen die mir momentan auf die nerven gehen oder aber wenn ich meine zusätzlich hatte ich musste ein bisschen vorgreifen eingehoffte goldstrau drinnen habe dann schließe ich sicherlich nicht auf eine kreatur sondern eher auf den spieler und wenn hält sich zwei an ja magner strahl ist generell für mich immer so spiel zu spielen dass ich ihn in die gegnerischen phase aktiviert ansonsten nur dann in meinen zug wenn ich weiß der elfen mystiker ist draußen und er rempt mir zu schnell dann würde ich den vorher natürlich anwenden weil sobald er natürlich tappt und mana generiert ist es zu spät für magner strahl weil das ja schon auf den stack geht oder aber wenn ich zum beispiel eine größere kreatur die widerstandskraft vier oder fünf hat in kombination mit eng auf die gods ich muss natürlich aufpassen ich brauche unbedingt dann drei rote mana sonst funktioniert das natürlich überhaupt nicht gut hier haben wir eng auf die gods den habe ich ja dreimal drin weil auf der starthand bringt er mir im regelfall nichts ich kann ihn frühestens runde drei zünden das heißt alle kreaturen auch unsere eigenen bitte vorsicht ich erkläre dann gleich was dazu kriegen drei schadenspunkte wenn sie daraufhin sterben werden sie ins exil geschickt und nicht in den friedhof vorsicht deswegen wegen dem frostband brand denn wenn ich ihn pushe hat er hinten nur eine drei stehen also maximal wenn ich ihn einmal push somit würde er genauso exilt werden also bitte vorsicht bei solchen aktionen sonst brennt man sich natürlich aus oder natürlich wenn ich die kirone aktiviert habe sollte ich es auch auf keinen fall anwenden gut das wäre jetzt mal ein bisschen der burn also dass das rote in diesem deck wobei wir haben dann hier noch viermal also im playset da ja sehr viele planeswalker gespielt werden habe ich hier viermal threadbar drin man könnte natürlich auch in heroes downfall spielen habe ich aber hier einfach nicht angewendet da ich doch meist hier tapped out bin also sprich ich habe hier meistens mein mana verbraucht und kann das heroes downfall gar nicht so wirklich nutzen in seiner in der gegnerischen phase deswegen habe ich mich hier für dreadball entschieden viermal sicher selten gesehen momentan glaube ich kommt es mit chander planeswalkers wieder mehr zurück aber ich habe es eigentlich von anfang an drin gehabt dreadball zerstört eben eine kreatur oder einen planeswalker also ich habe es schon auch sehr oft gegen größere kreaturen hier verwendet eben um zum beispiel blutkonos wirklich entsprechend zu vernichten ja dann komme ich noch kurz zu dem blau splash was ich hier noch habe das ist weissagung natürlich karten vorteil habe ich nur zweimal drin könnte man auch ein drittes mal spielen eventuell ich bin mit zwei immer zufrieden gewesen denn meistens brauche ich das mana mehr denn momentan ist das meter relativ aggressiv das heißt ich habe nicht die zeit hier drei mana für zwei karten mehr an der hand zu kriegen meistens muss ich da schon etwas anderes handeln gut dafür habe ich hier aber noch weit weg also far away auf englisch die ich ja beide zünden kann im prinzip beide gleichzeitig sprechen kann sind beide spontan sauber kann ich auch in der gegnerischen zugphase machen was ich auch sehr gerne benutze ist ein bisschen tricky hier das ganze denn ich lasse ihn angreifen schicke ihn wieder zurück auf die hand oder ich lasse blutkonos zum beispiel der sehr oft gespielt wird deswegen fällt der name auch relativ häufig oder auch der strong breath dragon ich lasse ihn einfach gleich wieder auf die hand zurück also ich warte bis sein mana verbraucht hat der gegner und schicke ihn dann wieder zurück auf die hand wenn er nur eine kreatur hat lasse ich ihn sogar opfern wenn ich mehrere habe schicke ich die gefährliche kreatur die mich gerade angreift zurück auf die hand oder eben eine kleine wenn es nur zwei sind und lasse ihm eben die entsprechende opfern denn wenn er jetzt mehr kreaturen hat bringt opfern eher weniger weil er die die günstigste kreatur oder die die im wenigsten weh tut opfern wird habe ich ja dreimal drin öfters brauche ich es meiner meinung nach hier nicht ja ist aber eine super karte leider wie man schon sieht sind sehr viel aus dem alten return to raffnicka block drin der ja jetzt mit ende september hier ausrotieren wird also das deck wird generell so er nicht mehr spielbar sein aber wir haben ja super neue farbkombinationen aussicht also ich denke es wird noch spannend ja und dann zu guter letzt die letzten zwei karten die ich hier drinnen habe ist raktos rüthörn also sprich raktos rückkehr hier mit rot schwarz und x zu bezahlen ich blende mal hier näher ein ist eine hexerei eine müftige aus eben return to raffnicka raktos rückkehr fügt eben den gegner so viele schadenspunkte zu wie ich x ausgegeben habe und er muss eben x karten abwerfen ich muss sagen die karte ist gold wert manchmal überlege ich selber ob ich ein drittes mal rein tue denn ich mache sehr oft so gerade gegen gründe wo schon ist absolut ein beliebtes deck ich spreche mal anger of the gods im prinzip eben um auch den den wald der ja hexproof hat eben vernichten zu können mit seiner widerstandskraft 3 plus eben die ganzen elfen räume ich damit ab und dann nächste runde auch wenn es eigentlich zu früh ist spiele ich raktos rückkehr wo ich ja vier mana nur habe also er wirft nur zwei karten ab oder wenn es mir eine zeit zulässt es kommt darauf an wie viel mana er draußen hat dann spreche ich raktos return meistens erst runde fünf da wo ich fünf mana fix habe denn dann muss er drei karten abwerfen und das tut schon ordentlich weh ansonsten er ist im prinzip auch ein finisher so habe ich schon mal gehabt dass ich ihn als finischen konnte also acht schadenspunkte oder auch sieben je nachdem wie lang man das spiel hinaus zögern kann bringt es einem mehr oder weniger was ja also finisher hier raktos return keros und ätherling das sind diese win options beziehungsweise natürlich auch der dämon denn wenn er nicht wenn er nicht nicht händeln kann weil er halt kein devour flash zieht oder kein heroes downfall oder irgendwas in der richtung was ihn wegbringt und banished light dann wird auch der dämon früher später zur bedrohung ja im prinzip man sieht schon die steck strategie das heißt ich kontrolliere ein bisschen habe hier mit dem frostbörn erst mal einen blocker beziehungsweise kann auch attackieren wenn ich halt nicht gerade den es schick ziehe auch wenn er im playside drinnen ist ich habe mit frostband auch einen blocker auch für es schick übrig er kann sich zwar selbst schützen wenn noch keine kreatur liegen indem ich ja eine kreatur spiele vom gegner also man sieht schon die strategie verlauf runde 4 sollte ich in dem man schon legen können oder auch runde 5 eben was halt einfach momentan wichtiger ist ja kommen wir zu dem schwierigsten teil zur mana base ich habe hier nehme jetzt nur einzelne karten vier mal den tempel drinnen der täuschung der mir blau schwarz gibt vier mal tempel der epiphanie das ist im prinzip rot und blau ich habe vier mal im playset die blutkrypter drinnen eben schockland braucht man unbedingt hier sonst wird man einfach nie fertig ich habe auch noch zweimal zusätzlich watery greift drinnen kennen wir auch alle auch im schockland der mir blau schwarz wiederum macht ich habe hier prinzip zweimal den steam vent drinnen einmal noch den ez gildeneingang weil ich einfach das budget nicht mehr ausgeben wollte für das deck der aber halt getappt ins spiel kommt also das schockland brauchen wir wirklich sehr oft muss man auch dazu sagen es kann schon sein dass man auch drei mal schocken muss also das gespielt das spiel gewinnt man meistens mit diesem deck nicht mit 20 lebenspunkte sondern eher weit darunter also ich habe schon spiele gewonnen mit zwei drei lebenspunkte übrig oder auch sogar nur eins und dann habe ich noch zweimal hier raktos gildeneingang mit rot schwarz das sind ja auch wichtige farben hier im deck im endeffekt könnte man das auf tempel auf melody heißt glaube ich auswechseln dann habe ich zumindest wieder eine sky funktion ja ich spiele hier acht tempeln deswegen weil ich es einfach brauche ich muss ein bisschen karten vorteil schaffen denn ich muss ja auf das gegnerische deck reagieren beziehungsweise auf die bord situation und ich brauche einfach den passenden spruch auf der hand sonst wird es eher schwierig dazu sollen uns die ganzen sky funktionen hier helfen so wie bei magnastrahl oder eben bei den tempeln das heißt ich habe in summe zwölfmals schwein drinnen und hoffe mir dadurch ein bisschen vorteil zu verschaffen ja und dann spiele ich noch dreimal gebirge und dreimal sumpf so komme ich auf 25 länder plus raktos kirone noch mal zwei dazu also maximal 27 mana quellen schaut relativ viel aus nur es ist sehr kontroll lastig und ich will auch ein etterling irgendwann legen können man braucht es einfach ja also drunter funktioniert es meistens nicht das kann ich jetzt schon sagen ich habe es lang genug probiert und ich muss auch dazu sagen das deck ist sicherlich nicht von heute auf morgen spielbar also man muss es schon einigermaßen oft gespielt haben um ordnungsgemäß hier das spiel an sich reißen zu können ja leute ich mache jetzt hier eine kurze pause räume die karten her bringe auch noch das sideboard ins spiel und erzähle ein bisschen zum sideboard dazu und ja danke ja und hier sind wir schon bei dem sideboard wie ich schon anfangs gesagt habe das meter ist derzeit relativ agro lastig man es wird viel mono gespielt also sprich mono black devotion dann haben wir blue devotion dann haben wir green devotion und ich habe halt hier in unserem meta umfeld meistens die genau diese decks als gegner ab und dann mal wirklich ein control deck wobei ich mit es schon relativ gut ein gutes matchup ziele wobei ich dazu sagen muss die da hauen am längsten ja wie gesagt ich habe hier eben gerade eben für die aggressiveren decks würde ich hier sideboarden dreimal den izzet status caster kennt wahrscheinlich jeder kosteten rotes und blaues ja und ein beliebiges hat aber flash funktion also sprich ich kann es in seiner zu phase rein sprechen und als blocker definieren bzw ihn sogar er hat sogar eile tappen dann kriegt jede kreatur die mit dem gleichen namen versehen ist einen schadenspunkt ist für elfen mystiker interessant genauso auch für tokens oder eben kleine kreaturen auch wenn es vielleicht nur eine ist aber ich bringe so zielsicher kreaturen weg halt nur am anfang das muss man dazu sagen sobald die irgendeine heroische fähigkeit haben ist der auch nicht mehr wirklich brauchbar außer als blocker aber im prinzip kann man dann auch als blocker benutzen also es macht eigentlich gar nichts ja den habe ich ja dreimal gewählt eben für die kleineren sowie mono red die auch viele kleine kreaturen spielen bringt ja schon sehr viel wobei erst mit drei man relativ relativ langsam rauszubringen aber immerhin ist er da gut dann habe ich hier gerade gegen gründe wo schon also grüne decks benutze ich den immer gern der große kreaturen spielt noch mal zweimal tomblaid drin kennt ja jeder zu sternen nicht schwarze kreatur ist halt gegen andere decks relativ unbrauchbar außer gegen blut devotion der schutz verrot hat der master of waves also da bringt er auch sehr wohl was eng auf der gods hier noch mal so kroll der götter die vierte im prinzip falls ich schneller brauche gerade gegen gründe wo schon auch wo ich das meistens wirklich rein genauso wie das hier hier gegen die kontroll lastigeren decks mit dures also ist die günstige version zu fortsize warum nehme ich nicht fortsize weil im prinzip mir die schaden einfach zu viel tun ich spiele viele schockländer ich kann nicht noch zwei leben überall zahlen und gerade gegen kontroll reicht mit dures ich will ja im prinzip seine sprüche hier raus kontern oder raus werfen lassen gut dann habe ich die sideboard karte die ich angesprochen hatte eben gegen es zum beispiel oder gegen ein etterling das ist die pfeifling needle im prinzip wenn sie ins spiel kommt kann ich eine karte benennen muss halt den namen wissen und alle aktivierten fähigkeiten von dieser quelle mit dem namen können nicht mehr aktiviert werden außer deren mana fähigkeiten sprich so der wald beziehungsweise der elfen mystiker die gehen natürlich schon noch aber planeswalker schalte ich damit aus und ich habe es gerade auch gegen black devotion der spiele keine planeswalker aber eben die pack red schalte ich damit genauso aus dann haben wir hier teil bleibt noch zweimal drin einmal promo von friday night magic ich zeige jetzt hier mal die normale karte gallenfäule halb beil bleibt zwei schwarze mana ist aber ein spontanz aber kann ich einen gegnerischen zug verwenden und alle kreaturen mit dem gleichen namen erhalten minus drei minus drei bis zum ende des zuges ist auch gegen blue devotion gut gegen black devotion gut also nightfield spectre kann man damit weg bringen man kann die tokens damit weg bringen also man sieht schon es ist sehr auf agro lastige games hier ausgelegt aber man braucht es auch mit slaughter games habe ich noch eine trick karte drin nur zweimal jetzt hier im sideboard drin denn öfters wird es mir zu viel platz wegnehmen für wichtigere sprüche slaughter games eben mit rot schwarz und zwei beliebige ich kann er kann nicht gecounted werden als absolut super karte und ich kann eine nicht land karte eben benennen und dann kann ich die hand sowie den friedhof und die bibliothek egal für welche anzahl an karten mit diesem namen suchen und exilen so das ist im prinzip jetzt folgendermaßen zu sehen man kennt ja die decks früher später gegen die man spielt oder man weiß einfach aus erfahrung das ist dieses deck so jetzt ich muss bei black devotion gehen pack red würde ich hier mit nicht raushauen da habe ich die pfing needle drinnen damit ich eben die packet stoppen kann ich würde eindeutig den grey merchant raustun dass der im prinzip in ein spiel kommt diese enter der battlefield fähigkeit hat dass er lebenspunkte generiert nach devotion to black beziehungsweise mir schaden drückt der so eigentlich die gefährlichste kreatur denn der kommt immer überraschend meistens liegen zwischen sechs und acht devotion punkte wirklich am tisch des gegners und dann drückt er dir genau acht schadens punkte rein und vor allem der gegner hat wieder eine erhöhte lebenspunkte zahl und macht uns das leben schwer genau für solche karten oder wenn ich weiß es spielt einer nur genau einen blenzbocker kann ich den rausschalten genauso wobei ich habe da wiederum diese pfing needle ich kann aber auch exil zur sprüche hier weg bringen also absolut an an taschenmesser was das angeht nur ich muss das deck kennen das das einzige nachteilige an der ganzen geschichte ja wie gesagt das zeitpunkt kann man immer individuell gestalten in dem fall ist es rein auf mein meter abgestimmt ich wollte sich nicht vorenthalten ja leute das war es im prinzip zu meinen grixis control deck dass ich derzeit auch im t2 spiele ich muss sagen ich bin glücklich damit es macht spaß zu spielen es ist wirklich ein witziges deck ich poste auch die deckliste so wie ich es jetzt zusammengestellt habe in das video kommentar rein damit könnte es ein bisschen selber probieren ihr könnt auch gegen mich jederzeit irgendwo antreten also kein problem aber muss sagen probiert es mal aus es ist ganz lustig zu spielen nur wie gesagt nicht gleich verzagen es ist einfach ein bisschen eine übungsgeschichte es ist sicherlich kein anfänger dick was das angeht gut leute ich hoffe ich habe euch genug erzählt von krixis ich denke mal im neuen standard wird es auch wiederum schwer sein krixis zu spielen denn wir haben ja andere farbkombinationen wobei ich glaube meine meine derzeitige wahl liegt bei ich sag mal rot schwarz weiß also ich glaube dass ich eher diesen clan nehmen werde aber wir schauen erst mal was wirklich die karten noch dazu bringen gut leute das war es jetzt von meiner seite mit diesem special hier also das krixis control deck noch mal ihr könnt ihr jederzeit das video noch mal ansehen danke fürs zuschauen und teilt uns auch mit ob euch das gefallen hat gebt auch kommentare dazu was ihr anders machen würde personen deck oder was ihr spielen würde oder wie euer meter hier in dem fall verlaufen macht mag gut dann danke erstmal lasst einen daumen da und tschüss bis zum nächsten mal euer ibl